das heißt ich muss kurz Rainbow Six Siege schließen und noch mal neu starten und wann fliege ich raus? fliege ich nicht aus der Party raus? Na endlich! ja, kann der Party nicht beitreten? alle ist dieser Arschgeige, wir sind ein kleiner Party nicht wundern, wie gesagt, das war mein täglicher DC also alles easy um Komm schon, komm schon! Ja, wenn ich täglich einen DC habe, fliege ich auch automatisch aus der Party raus. Ja, bei mir ist noch nicht online, soweit ich sehen kann. Bei mir ist zurzeit noch offline. Bla, bla, bla. So, jetzt ist online, schick. Ja, schick, 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 schick. Echt? Ich hab nichts erhalten. Guck mal genau, wie eine Einladung hat er. Äh, ich glaube nicht. Habt ihr ne alte? Zwei Benachrichtigungen habe ich hier. Brownie. Mal gucken, ob die funktioniert. Spielbeitritt. Äh, hat funktioniert. Gut. Los Jungs, starten, starten. Töten, töten. Ich will töten. So. Und dann machen wir noch später Terroristenjagd, sonst mach ich es wieder alleine. Hahaha. Als Terroristenjagd macht es Spaß, also mir macht es immer Spaß. Auf, äh, aber ganz ehrlich, bei Vegas 2 fand ich es besser. Bei Vegas 2 und 1. Ja, natürlich, wir haben es sofort auf, ey, wir haben es auf Hardcore gespielt die ganze Zeit. Geschafft auch, aber, äh, selten mal verloren. Selten. Also bei mir steht, dass alle drin sind. Ja, zwei von drei steht bei mir, also zwei von drei wird grad geladen. Noch. Oh, komm schon. Also das System haben sie noch nicht hingekriegt, muss ich sagen. Ja, dort echt lang. Ja. Eigentlich hätte es kommen müssen. Verrecke! Keiner sagt was. 20% Boost. Ja, okay, muss ich noch auf, äh, Uplay gehen nochmal nachgucken. Die vier Reiter. Hannover. Hannover. Na dann. Na dann. Sind wir alle... Sind wir alle Nachbarn. Und, Dissi, warum schickst du mir 20 Nachrichten grad mit einer Einladung? Oh mein Gott, die kommen jetzt erst an! Die kommen jetzt erst an! Oh Gott! Einer von den Gegner hat das Spiel verlassen. Oh scheiße! So, dann mal los! Ja, um sichern. Wir müssen den Bio-Gefahrhutbehälter schützen. Was? Wo? Hier? Okay. Wohin? Wohin! Wohin! Wohin? Wohin! Wohin! Sagt er Sie! Ja, okay, mach gleich. Wo denn? Wo denn? Wo denn? 10 Sekunden. Nee, ich hab keine mehr. Perfekt. Warte. Warte kurz. Warum nicht? Ich nehm's wieder mit. Wohin? Was? Keine Sorge, mehr wegen der Granaten. Gerät ist platziert. Wer hat das Gerät ein? Verdammt. Verdammt. Es sind nur noch zwei übrig. Killt sie. Macht sie platt. Ein Gegner verbleibt. Keine Sorge. Akkazin wechsle. Deine Sorge. Schiech! 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 und los geht's der biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden was wo gute arbeit der biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert 10 sekunden 5 sekunden bis einsatz weiter zum biogefahrgutbehälter und diesen sicher freitier gefunden Die merkt noch nicht mal, wo ich bin, ey. Ich bin die ganze hier mit dem Ding drin. Ich kenne die jemand immer wieder, die merken es nicht, wo ich bin. Die verstecken sich hinter der Bar. Die verstecken sich hinter der Bar. Vorsicht, Brownie. Der versucht sich immer rauszubilden. Ich merke nicht, wo ich bin. Da ist er. Hier, da ist er. Hinter der Wand. Das ist wahr. Ich habe direkt zuvor ich... Gegner eliminiert, eigener Druckerfolg. Alter. Ihr hättet das sehen, bis wo die Kamera war. Die war so sichtbar und die sehen es nicht. War die einfach geil, ganz ehrlich. Sorry, das war genial. Richtig fies gemacht, ey. Das war ne fiese Scheiße, ey. Ja, ich habe die ganze Zeit die Leute markiert. Ich war unter den Stühlen. Die habe ich nicht gesehen. Ich habe Punkte gemacht wie blöde damit. Den Raum sichern. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Die Platten weitergeben. Okay. Okay. Die Tür ist für sicher! Die Tür ist für sicher! Die Tür ist für sicher! Wir bleiben noch 10 Sekunden. Der Sparta! 5 Sekunden.